Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Für die Leute, die neu sind und mich noch nicht kennen, hi, ich bin Tim, ich bin mittlerweile seit fast 8 Jahren auf YouTube unterwegs und habe auch mittlerweile meine eigene Videoproduktionsfirma. Und heute möchte ich euch zeigen, wie ihr ganz simpel in Premiere ein richtig schönes Grading erzeugen könnt und mit noch ein paar Tipps das Ganze relativ universell anwenden könnt. Dazu habe ich euch natürlich auch heute schon wieder was vorbereitet und zwar ein Clip aus meinem letzten Video. Den werden wir jetzt gleich zusammen graden. Ihr könnt euch ganz genau anschauen, wie ich das Ganze mache, könnt von mir lernen, Tipps mitnehmen und es dann 1 zu 1 ganz simpel bei euch auch anwenden, um euer Bild einfach schöner aussehen zu lassen. Dazu brauchen wir aber als allererstes einen Effekt, mit dem wir denn überhaupt alles bearbeiten können. Dazu springen wir in Premiere und gehen zu unserer Effekt-Sektion und suchen dort einfach mal nach Farbe. So, und dort gibt es den Lumetri Farben-Effekt und mit dem können wir soweit alles anpassen. Den können wir jetzt an sich nehmen und auf den Clip draufziehen. Ist aber ein bisschen blöd, falls wir jetzt beispielsweise schon hier ein bisschen was geschnitten haben und sagen jetzt mal, hier fehlt schon was zwischendrin und hier fehlt was, dann können wir den zwar nehmen, hier draufziehen und wenn wir den jetzt einstellen, müssten wir den aber dann nehmen und auf jeden einzelnen Clip drauf kopieren. Und wenn wir dann nochmal was ändern wollen, müssen wir den überall löschen, wieder neu kopieren, überall einfügen. Das ist viel zu viel Arbeit, deswegen, falls ihr die Möglichkeit habt und wie in meinem Fall die Kamera statisch ist, denn hier könnt ihr ja auf jeden Clip dasselbe Grading anwenden, denn das Licht ändert sich nicht und die Kamera ändert sich nicht, dann könnt ihr hier einfach zu Projekt gehen, hier unten auf das kleine Zeichen und durch eine Einstellungsebene erstellen. Zack, hier einfach machen. Ich hatte jetzt schon eine, ist auch egal. Die könnt ihr dann einfach oben drüber in die Spur legen, könnt die über die gesamte Cliplänge ziehen und alles, was ihr auf dieser Einstellungsebene macht, wird auf die Clips unten drunter angewendet. Das heißt, wenn wir jetzt hier zu Effekten gehen, unseren Lumetri Farbeneffekt auf die Einstellungsebene ziehen, sehen wir den schon hier links und wenn wir jetzt als Beispiel die einfache Korrektur öffnen und die Belichtung mal hoch machen, seht ihr, das liegt hier auf jedem Clip drauf und so müsst ihr das Ganze nur einmal machen, beziehungsweise habt keine umständliche Arbeit, wenn ihr nochmal nachträglich was ändern wollt. Das bedeutet, wir setzen das Ganze hier zurück und schauen uns den Effekt als erstes mal an, denn der ist nochmal unterteilt in die einfache Korrektur, Kreativ, Kurven, Farbräder und Farbabgleich, HSL, Sekundär und die Vignette. Diese ganzen Bereiche werden wir uns jetzt gleich anschauen und ich werde euch genau zeigen, was ich hier genau einstellen werde. Zu Beginn auch noch ganz kurz was zu meinem Clip, den ich hier aufgenommen habe, denn der ist in einem sogenannten flachen Profil aufgenommen. Bedeutet, ihr könnt bei den meisten Kameras ein sogenanntes Bildprofil anlegen, um in der Kamera euer Bild anders aussehen zu lassen, also beispielsweise mehr oder weniger Sättigung, mehr oder weniger Kontrast. Und da gibt es Kameras, die haben schon ein flaches Bildprofil von Werk an, wenn nicht, könnt ihr das selbst einstellen. Ihr nehmt einfach so ein Custom Bildprofil und zieht dort die Sättigung und den Kontrast komplett nach unten, bedeutet wenig Sättigung und wenig Kontrast. Dadurch habt ihr ein flaches Bild, bedeutet, die dunklen Bereiche im Bild sind etwas heller und die hellen Bereiche sind etwas dunkler und ihr habt weniger Sättigung und damit habt ihr einfach die Möglichkeit, euer Bild später viel besser nachzubearbeiten. Denn wie gesagt, dadurch, dass die hellen Bereiche dunkler sind, habt ihr dort einfach mehr Informationen und es verfällt nicht so schnell im Weiß, beziehungsweise dasselbe auch bei den dunklen Bereichen. Und wie gesagt, ihr könnt es einfach besser nachbearbeiten. Deswegen als Tipp, falls ihr die Möglichkeit habt, nehmt auf jeden Fall euer Bild in einem flachen Profil auf, dann habt ihr viel mehr Möglichkeiten und es lässt sich vor allem auch viel schöner bearbeiten. Das heißt, wir starten. Als allererstes möchte ich mein Bild wieder etwas Kontrast hinzufügen. Dazu haben wir eine kleine Hilfe. Wir gehen zu Fenster und öffnen die Lumetri Scopes. Die habe ich jetzt hier schon bei mir hier unten. Dann könnt ihr hier noch einstellen, dass ihr nur den Waveform Monitor, und zwar den Luminanz Waveform Monitor seht. Der analysiert euer Frame, den ihr gerade hier oben seht, von links nach rechts und zeigt euch die Helligkeit an. Hier oben 100 sind 100% bedeutet komplettes Weiß und hier unten 0, die Nulllinie 0% ist 100%iges Schwarz. Wie gesagt, ihr nehmt unser Bild, analysiert es von links nach rechts und hier sehen wir schon, hier rechts beispielsweise ist es recht dunkel. Das wird jetzt hier rechts von mir der Kamin sein. Gerade hier unten seht ihr, ist es sehr dunkel, außer das Feuer. Das ist hell, das verfällt schon fast im Weiß. Das hier ist diese eine Spitze. Also hier müsst ihr einfach ein kleines bisschen rumprobieren und dann seht ihr hier auf jeden Fall sehr schön, wie hell euer Bild ist. Und das brauchen wir jetzt als allererstes, denn wir wollen dem Bild wieder etwas Kontrast geben beziehungsweise auch direkt die Helligkeit richtig einstellen. Dazu nehme ich den Bereich Kurven. Den öffnen wir einmal und hier haben wir schon unsere ganz normalen Gradationskurven. Hier auf dem weißen Punkt habt ihr die Kurven für das komplette Bild beziehungsweise für alle Farbbereiche. Ihr könnt aber auch hier die anderen Punkte anwählen und hättet dann rein theoretisch noch die Rottöne, die Grüntöne und die Blautöne. Ich benutze jetzt hier aber die normalen Kurven und jetzt seht ihr schon, wenn wir hier oben diesen Punkt nehmen und nach links ziehen, wird unser Bild heller und das Ganze sehen wir auch hier unten schon sehr schön in den Lumetri Scopes. Und wenn wir das jetzt mal ganz extrem nach links machen, seht ihr, mehr als 100 geht nicht, denn das ist komplettes Weiß und ihr seht schon, unser Bild verfällt dann hier komplett im Weiß und sieht nicht mehr gut aus. Das bedeutet, wir passen als erstes die Weiß- und die Schwarzwerte an. Ansonsten noch als kleiner Tipp, diffuses Weiß liegt ungefähr so bei 75 bis 85 Prozent Helligkeit. Diffuses Weiß bedeutet Weiß, was nicht durch eine Lichtquelle erzeugt wird. Bedeutet hier in dem Bild beispielsweise, seht ihr, den Monitor und hier, das verfällt einfach im Weiß, weil es zu hell ist. Aber hier in der Kamera, mein T-Shirt beispielsweise, ist diffuses Weiß und es liegt, wie gesagt, wenn man hier im Diagramm schaut, so roundabout bei 80 beziehungsweise zwischen 75 und 85 Prozent Helligkeit. Das bedeutet, ihr seht in meinem Fall, hier die weiße Wand wird es wahrscheinlich hier hinten sein, vielleicht auch so ein Teil von meinem Arm. Wenn ich nämlich hier mal weiter scroll, seht ihr, das Weiße hier geht ein wenig zur Seite. Das bedeutet, das hier ist mein Arm, das heißt, wir gehen mal hier hin, wo der dann unten ist. Die Wand hier hinten, die ist schon ziemlich hell, wenn ihr es euch hier so anschaut. Am liebsten wäre mir sogar gewesen, ich hätte das Bild ein kleines bisschen dunkler aufgenommen, habe ich aber leider nicht. Passiert manchmal, damit müssen wir jetzt leider leben. Das heißt, wir passen als erstes die Schwarz- und die Weißwerte an. Wir gehen zu unseren Kurven, nehmen hier oben den Punkt und ziehen den ein wenig nach links und ich würde jetzt das ungefähr so machen, denn hier ist ja der Tisch an der linken Seite, hier ist die Wand und es ist jetzt hier schon so roundabout bei 80 Prozent und das hier ist auch schon sehr hell. Das hier wird mein T-Shirt sein. Das ist sogar schon fast ein bisschen zu hell. Das würde ich jetzt wieder ein bisschen runter machen. So finde ich, sieht es gut aus. Und hier unten bei dem Punkt machen wir das dann noch mit den Schwarzwerten. Das bedeutet hier unten, die Nulllinie ist schwarz und wir sehen hier noch so einen kleinen Zwischenraum. Das heißt, wir können diesen Punkt hier nehmen und nach rechts ziehen und dann wird das Ganze noch ein wenig dunkler, beziehungsweise die Schwarzwerte gehen mehr ins Schwarze. Und das mache ich immer so, dass es gerade so die Linie berührt. Und so sieht das Ganze vom Kontrast schon mal sehr gut aus. Dann als nächstes klappen wir den Bereich zu. Da kommen wir später nochmal dazu und gehen dann zu der einfachen Korrektur. Leute, die viel mit Fotobearbeitung beispielsweise am Hut haben, werden diese Werte, die es hier gibt, schon kennen. Wir haben hier die Belichtung, Kontrast, Glanzlichter, Schatten, Weiß und Schwarz. Also es ist eins zu eins dasselbe wie beispielsweise in Lightroom oder auch im Photoshop Raw-Converter. Und jetzt haben wir hier die Schwarzwerte angepasst. Wir können jetzt aber sagen, beispielsweise uns ist untenrum trotzdem das ganze Bild noch ein bisschen zu dunkel. Das heißt, wir können hier beispielsweise die Schatten auf 10 stellen. Und dann habt ihr schon gesehen, hier unten im Diagramm bewegt sich nur der untere Teil ein wenig nach oben. Also wenn ich jetzt hier nochmal zurück mache und nochmal hin, seht ihr, der untere Teil wird dann einfach ein kleines bisschen heller. Das mache ich oft nochmal, aber das ist jetzt ein bisschen zu viel. Wir machen das hier mal 5, beziehungsweise ihr könnt auch hier nochmal ein bisschen Kontrast hinzufügen. Das haben wir zwar eben auch mit den Kurven gemacht. Das ist eins zu eins dasselbe. Allerdings haben wir mit den Kurven die Möglichkeit einzeln die hellen Töne und die dunklen Töne zu bestimmen. Wenn wir jetzt hier Kontrast beispielsweise, sagen wir mal 20 eingeben, dann macht er das um denselben Faktor bei den hellen und bei den dunklen Tönen. Aber es kann ja sein, dass die dunklen Töne gar nicht so viel brauchen wie die hellen Töne beispielsweise. Deswegen mache ich persönlich das lieber mit den Kurven. Wir können hier aber trotzdem auch mal noch 5 eingeben. Und damit kann man auf jeden Fall das Bild auch nochmal in der Helligkeit ein kleines bisschen anpassen. Aber ihr habt noch viele weitere Möglichkeiten die Helligkeit anzupassen und dazu kommen wir jetzt. Denn als nächstes, wenn wir den Kontrast gemacht haben, braucht unser Bild erstmal auch wieder ein wenig Sättigung. Und das Ganze machen wir bei kreativ. Also die ersten drei Effekte sind sozusagen oder die ersten drei Teile des Effekts sind sozusagen die wichtigsten. Und hier wollen wir jetzt unserem Bild wieder mehr Sättigung geben. Und die meisten Leute würden jetzt einfach hier zur Sättigung gehen und den Regler ein wenig nach oben machen. Beispielsweise sagen wir mal 150. Sieht auch soweit schön aus. Aber ich kann euch auf jeden Fall auch die Dynamik ans Herz legen. Denn die Dynamik legt ein kleines bisschen mehr Wert auf die Hauttöne, dass die schöner aussehen. Als Beispiel, wir machen die Sättigung mal ganz hoch und schauen uns mal ein Gesicht an. Es wird ganz komisch gelb und orange. Also machen wir wieder hier 100 und stellen jetzt mal die Dynamik ganz hoch. Und wir sehen schon, der Kamin hier hinten bekommt ein schönes Orange. Die Wand ist schon ziemlich extrem blau. Hier unten sieht es auch nicht so schön aus. Aber die Hauttöne sehen immer noch gut aus. Deswegen nehmt erst die Dynamik und wenn das dann noch nicht reicht, dann die Sättigung. Wie gesagt, hier unten sieht es jetzt nicht so schön aus. Ich, in meinem Fall, kann euch empfehlen, ich benutze die Dynamik immer so zwischen 30 und 40%. Das heißt, wir machen jetzt mal hier 35 und dann hat das Bild schon ein kleines bisschen mehr Sättigung. Das reicht jetzt noch nicht. Das heißt, wir können auch mit der Sättigung noch ein kleines bisschen hoch gehen. Wir nehmen mal 120 und so sieht es schon ganz schön aus. Wobei ich sagen würde, ich würde dem ganzen Bild trotzdem noch ein kleines bisschen mehr Sättigung geben. Denn wenn man mich anschaut, ich bin noch relativ blass. Das heißt, wir gehen hier mal so auf, keine Ahnung, 127 beispielsweise. So gefällt mir das schon ganz gut. Allerdings sehen wir jetzt, dass hier der Kamin hier hinten, mein Monitor, der da drin steht, ziemlich extrem gesättigt ist. Und das sieht nicht so schön aus. Das heißt, wir nehmen dann hier in dem Fall einfach einen zweiten Lumetri Farben-Effekt. Wir klappen den hier ein, gehen zu Effekte und holen uns den Effekt nochmal daher. Den können wir dann rechtsklick machen und umbenennen. Und nennen den jetzt einfach mal Feuer. Einfach nur für euch selbst, dass ihr den Überblick behaltet. Und dann könnt ihr hier unten auf das kleine Viereck klicken und erstellt dadurch eine Maske. Das bedeutet, alles, was ihr jetzt macht, wird nur in diesem Bereich angewendet. Das heißt, wir nehmen jetzt den und ziehen den Bereich jetzt mal hier unten auf den Kamin drauf. Und jetzt würde ich euch empfehlen, noch ein wenig weiche Kanten hinzuzufügen. Die stehen zwar schon auf 10, ich würde die aber ein klein wenig größer machen. Denn sonst habt ihr einfach irgendwann vielleicht so eine richtig harte Kante drin zwischen viel Sättigung und wenig Sättigung. Und das sieht nicht so gut aus. Und jetzt können wir hier einfach zur einfachen Korrektur gehen, beziehungsweise oder auch zu kreativ, wie ihr möchtet. Und können hier die Sättigung einfach runter machen. Wir können jetzt mal 90 einstellen. Das finde ich jetzt sogar schon wieder ein bisschen zu wenig. Das heißt, wir machen mal 95. Und das gefällt mir overall schon ganz gut. Ich habe eine schöne Sättigung und der Kamin hier hinten ist aber nicht zu extrem gesättigt. Wir können übrigens auch als Vergleich die Einstellungsebene immer mal aus- und anschalten. Und ich muss sagen, ich bin schon sehr zufrieden. Also gefällt mir schon sehr gut das Bild. Das heißt, wir machen weiter. Wir können hier den Feuereffekt zuklappen, unseren Main-Grading-Effekt wieder ausklappen. Wir können hier natürlich auch gerne mal Main nennen. Einfach, dass wir wissen, um was es geht. Das heißt, wir sind soweit bei kreativ fertig bis auf den Scharfzeichner. Das ist ziemlich extrem, wenn ihr ihn auf 100 stellt. Das würde ich euch nicht empfehlen. Ihr könnt aber ansonsten gerne. Ich mache da immer so 20. Finde ich ein ganz schöner Wert. Das Bild nochmal ein kleines bisschen nachschärfen. Das sieht dann einfach nochmal ein bisschen besser aus. Das heißt, wir sind mit kreativ fertig, beziehungsweise hier könnt ihr auch noch eine LUT anwenden. Hier gibt es einige schon drin in Premiere. Ihr könnt natürlich auch sehr gerne hier eine benutzerdefinierte LUT anwenden. Kann ich euch auch empfehlen, das lieber im Kreativ-Teil zu machen, anstatt bei einfacher Korrektur. Hier könnt ihr das auch machen. Denn bei kreativ habt ihr die Möglichkeit, die Intensität noch runterzustellen, falls eure LUT beispielsweise zu extrem sein sollte. Für die Leute, die nicht wissen, was eine LUT ist, eine LUT ist ein sogenannter Look-Up-Table und ist ganz basic gesagt einfach nur ein Filter. Die gibt es teilweise free im Internet. Die sind auch ganz schön, um damit zu starten, beispielsweise als Ausgangs-Grading. Aber auch das muss man immer nochmal neu anpassen und kann man nie eins zu eins so benutzen, wie man es bekommt. Ich in meinem Fall arbeite aber jetzt hier ohne LUT. Jetzt, wo wir aber Sättigung hinzugefügt haben, sehen wir, ob unser Bild vielleicht von der Temperatur noch nicht ganz passt. Das heißt, mit kreativ sind wir fertig, klappen wir ein und wir gehen das letzte Mal zur einfachen Korrektur. Und hier oben können wir nochmal die Temperatur vom Bild anpassen. Das heißt, wir können es wärmer machen, wir können es auch kälter machen. Ich in meinem Fall würde jetzt fast sagen, wir könnten ein kleines bisschen wärmer machen. Vielleicht so 5. Ja, das gefällt mir schon ganz gut. Und da sieht man dann auch, dass, wenn das Bild wärmer wird, in den Orangetönen die Sättigung nochmal ein kleines bisschen steigt. Und ich finde, so sehen die Hauttöne nochmal ein klein wenig schöner aus. Ansonsten auch, wenn euer Bild zu dunkel ist, könnt ihr auch gerne hier die Belichtung anpassen. Ich persönlich bin da aber nicht so der Freund von, wobei es in dem Fall jetzt ja sowieso schon passt. Ich gehe dann lieber hier zu unseren Kurven und ziehe dann lieber diesen Punkt hier weiter nach links, dass es heller wird. Ich persönlich finde das einfach besser. Es sieht einfach besser aus, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Das heißt, wir sind mit der einfachen Korrektur fertig, wir sind mit Kreativ fertig, bedeutet, wir kommen nochmal zu den Kurven. Denn jetzt, wo ja unser Bild mehr Sättigung hat, sehen wir vielleicht, ob gewisse Teile noch zu sehr gesättigt sind oder wir einzelne Farben haben, die vielleicht noch nicht so ganz passen. Das heißt, wenn wir hier nach unten scrollen, sehen wir hier nochmal ein paar Diagramme. Hier Farbton beispielsweise, hier die Luminanz und hier die Sättigung von einzelnen Farben. Denn ihr habt hier euer komplettes Farbspektrum und als Beispiel, ich bin jetzt eigentlich zufrieden, aber wir können jetzt als Beispiel mal die Wand hier hinten nehmen. Die ist ja ganz leicht blau und wir können jetzt sagen, wir wollen, dass die noch ein bisschen mehr gesättigt ist. Bedeutet, wir nehmen hier die Pipette und klicken einmal auf die blaue Wand und dann sehen wir, erstellt ihr hier uns automatisch schon drei Punkte. Hier könnt ihr jetzt noch Umschalten gedrückt halten, dass ihr den Punkt nur nach oben und unten verschiebt und nicht nach rechts und links. Und dann können wir jetzt hier die Sättigung von unserem Blau anpassen. Wenn ich es nach unten mache, wird es natürlich eher grau und nach oben steigt dann die Sättigung. Und hier würde ich sogar sagen, wir können die gerne noch ein kleines bisschen anheben, obwohl ich vorher zufrieden war. Muss ich sagen, gefällt mir das so eigentlich ein kleines bisschen besser. Das heißt, ihr seht, probiert wirklich aus, auch wenn ihr denkt, hey, euer Bild ist cool, hier einfach gerne mal ein bisschen rumgespielt. Und vielleicht seht ihr irgendwas oder entdeckt irgendwas, was dann wirklich am Ende noch cooler aussieht. Das bedeutet, wenn wir jetzt hier weiter runter scrollen, können wir auch noch den Farbton anpassen. Nehmen wir hier als Beispiel auch wieder die Wand. Okay, das hat jetzt nicht ganz funktioniert, wie ihr seht, das hat er jetzt eher im Lilan in den Punkt gesetzt. Manchmal funktioniert es nicht ganz richtig. Dann das Ganze einfach nochmal machen, das sieht schon besser aus. Und auch hier mit Umschalten gedrückt halten, können wir dann hier die Farbe anpassen. Hier ist beispielsweise mehr ins Grüne gehen lassen oder auch hier mehr ins Pinkne. Je nachdem, wenn ihr einzelne Farbtöne habt, mit denen ihr nicht zufrieden seid oder wo ihr sagt, hey, das sollte rot sein, geht aber eher ins Orangen oder vielleicht ins Pinkne, dann könnt ihr hier die einzelnen Töne nochmal schön anpassen. In meinem Fall will ich das natürlich nicht so haben, deswegen setze ich das zurück. Und hier unten haben wir auch noch die Luminanz. Das heißt, auch hier von der Wand beispielsweise können wir die Helligkeit nochmal anpassen. Wobei ich sagen muss, das sieht sehr schnell sehr schlecht aus. Also wenn ich das jetzt hier so ein bisschen nach unten ziehe, schaut euch das einfach mal an. Das sieht einfach eklig aus, da zeige ich euch auf jeden Fall gleich noch eine viel bessere Möglichkeit, wie ihr die Helligkeit von einzelnen Farben anpassen könnt. Bedeutet, wir setzen das hier zurück und sind dann soweit auch mit den Kurven fertig und können die einklappen. Bedeutet, wir kommen zu unseren Farbrädern und zum Farbabgleich. Und hier könnt ihr eurem Bild einen richtig schönen Look geben, wie das beispielsweise in einem Kinofilm gemacht wird. Bedeutet, ich persönlich benutze diesen Teil von Lumetri Farben für meine YouTube-Videos zumindest sehr selten, da ich möchte, dass mein Bild natürlich aussieht. Dass es später so aussieht, das fertige Video, wie auch ich das mit meinem Auge sehen konnte. Und soweit sieht es bei uns jetzt auch erstmal sehr cool aus. Falls ihr das aber benutzen möchtet, ist hier euer Bild nochmal in die Schatten, also in die dunklen Töne, in die Mitteltöne und in die hellen Teile, also die Glanzlichter des Bildes gegliedert. Und hier könnt ihr die einzelnen Teile nochmal in der Helligkeit anpassen. Bedeutet also, die Glanzlichter hier mit dem Regler links nochmal ein bisschen heller machen oder nochmal ein bisschen dunkler. Können wir hier auch einfach wieder zurücksetzen mit Doppelklick. Oder auch dann hier die Schatten, wenn wir das machen, könnt ihr nochmal auf das Diagramm achten, dass hier wirklich nur der untere Teil, also die dunklen Töne sozusagen, dann weiter nach unten gehen. Und die hellen, die bleiben eigentlich hier oben, aber das möchten wir natürlich nicht haben. Und ansonsten können wir hier mit diesen Farbrädern beispielsweise sagen, wir wollen, dass die Schatten ein bisschen ins Bläuliche gehen. Das heißt, wir nehmen dieses Kreuz hier in der Mitte von den Schatten und ziehen das hier ein bisschen ins Blaue. Das ist natürlich jetzt sehr extrem als Beispiel für euch, aber so könnt ihr eurem Bild einen richtig schönen Look geben. Beispielsweise Horror-Look geht ja eher ins Dunkle. Das heißt, wir können hier die Schatten ein bisschen dunkler machen. Alles generell ein kleines bisschen dunkler und dann sagen, die Schatten sollen eher ins Grünliche beispielsweise gehen, wie das ja oft in einem Horrorfilm so ist. Passt jetzt natürlich in mein Bild hier überhaupt nicht rein, deswegen setze ich das alles wieder zurück. Aber falls ihr wollt, könnt ihr hier eurem Bild einen richtig schönen Look geben. Das bedeutet also, wir kommen zu unserem vorletzten Teil und zwar HSL Sekundär. Hier kann ich euch sagen, werdet ihr nicht extrem viel Neues sehen, denn auch das ist nur eine weitere Möglichkeit, einzelne Farben und einzelne Farbtöne nochmal anzupassen und zu korrigieren. Allerdings könnt ihr die hier viel schöner und genauer auswählen und das zeige ich euch einmal. Wir öffnen diesen Effekt und sehen dann als erstes hier diese drei Bänder. Das sind die wichtigsten. Dann hier oben einmal unser komplettes Farbschema. Dann von der hier oben ausgewählten Farbe die Sättigung und hier unten von der ausgewählten Farbe die Luminanz. Das ist also die Helligkeit. Wir nehmen auch hier als Beispiel wieder unsere blaue Wand. Wir gehen auf Farbe hinzufügen, wählen die Wand einmal aus und schon sehen wir, hat er hier automatisch was eingestellt. Und das, was er eingestellt hat, wollen wir jetzt hier auch sehen. Bedeutet, wir gehen auf Maske einblenden und wählen dann hier Farbe versus schwarz und sehen dann, was er alles vom Bild ausgewählt hat. Und das ist hier unten verdammt wenig. Das heißt, wir gehen hier nochmal ein bisschen mehr ins Blau rein, sage ich mal. Und wählen dann nicht nur die bisschen gesättigten Blautöne, sondern wählen mal so ziemlich alle Blautöne aus. Einfach nur, dass wir das Ganze erstmal sehen können. Und wir haben hier wirklich schon sehr schön die Wand hier hinten. Haben aber auch mittlerweile ein bisschen was vor meinem T-Shirt. Und man sieht, das T-Shirt ist auch blau. Aber ich kann euch sagen, wir bekommen das hin, dass wir nur die Wand ausgewählt bekommen. Wenn wir jetzt hier zur Luminanz gehen, seht ihr hier immer mehr. Aber wir sehen, unser T-Shirt ist ganz ein bisschen heller als die Wand. Bedeutet, wir gehen hier ein bisschen runter. Schauen wir mal, ob wir das... Ja, so klappt es schon ganz gut. Ja, so haben wir relativ wenig T-Shirt und sehr viel Wand auf jeden Fall. Beziehungsweise, wir können schauen, ja, so sieht das Ganze noch ein bisschen besser aus. Nur die Wand und kaum T-Shirt. Und wenn wir das dann ausgewählt haben, können wir hier Maske wieder ausblenden und dann runterscrollen. Und hier sehen wir nochmal so ein Farbrad mit nochmal einem Helligkeitsregler an der Seite. Das kennt ihr ja schon von eben. Bedeutet, wir können jetzt nur von dem ausgewählten Bereich hier die Helligkeit nochmal anpassen. Beziehungsweise auch hier sagen, die Wand soll ins Blaue gehen oder sie soll gerne ins Rot-Orangene gehen. Jetzt nur als Beispiel. Und das sieht hier einfach viel besser aus. Beziehungsweise, wir können das auch mit Doppelklick einfach zurücksetzen. Und können auch hier unten dann nochmal nur von dem ausgewählten Bereich beispielsweise die Sättigung anheben. Das nochmal scharf zeichnen, Kontrast irgendwie machen. Beziehungsweise die Färbung, wie ihr das wollt. In meinem Fall brauche ich das jetzt natürlich nicht. Aber hier habt ihr wirklich die Möglichkeit, die Farben sehr schön nochmal zu separieren. Denn ihr seht, mein T-Shirt ist auch blau. Wie die Wand. Aber wir haben es trotzdem geschafft, ziemlich gut nur die Wand auszuwählen und nicht das T-Shirt. Und das bekommen wir oben bei den Kurven nicht hin. Bedeutet, ich habe alles zurückgesetzt. Denn ich brauche das ja, wie gesagt, nicht. Wir klappen den Effekt ein, beziehungsweise den Teil ein. Und kommen zu unserem letzten Teil. Das ist noch die Vignette. Ich denke, das ist relativ selbsterklärend. Die Stärke können wir mal beispielsweise auf Minus 1 setzen. Und sehen schon, wir haben eine schöne Vignette. Und der Fokus ist einfach ein wenig mehr in der Mitte. Ich finde es jetzt ein bisschen extrem. Beziehungsweise, ihr könnt als erstes mal die weiche Kante runtersetzen. Auf 0. Dann seht ihr hier die Vignette und seht ein bisschen mehr, was der Mittelpunkt und die Rundheit macht. Also der Mittelpunkt bedeutet einfach, wie groß die Vignette dann zu sehen ist. Und die Rundheit könnt ihr hier dann einfach die Ecken ein wenig abrunden, beziehungsweise ein wenig anders abrunden, sage ich mal. Ich für meinen Fall, setze die Vignette einmal hier ganz kurz zurück. Ich mache sehr gerne die Vignette so circa auf Minus 0,2, 0,3. Finde die aber dann ein bisschen zu extrem. Bedeutet, ich mache den Mittelpunkt meistens auf 60 und bin dann cool. Damit könnte ich hier dann auch an- und ausschalten und könnte so, wie gesagt, den Mittelpunkt, beziehungsweise den Fokus des Bildes nochmal mehr auf den Mittelpunkt lenken. Das bedeutet also, wir haben jetzt hier unser finales Grading. Können als Vergleich nochmal die Einstellungsebene an- und ausschalten und ich muss sagen, ich bin wirklich sehr zufrieden, also sieht nice aus. Was ich euch aber auf jeden Fall noch als Tipp mitgeben kann, gradet auf keinen Fall euer Bild und seid dann fertig und exportiert euer Video. Denn über die Dauer gewöhnt man sich an Helligkeiten, an Sättigungen. Das bedeutet also, wenn ihr euer Bild oder euer Video eben gradet und da 10, 20, vielleicht 30 Minuten dran sitzt, seht ihr am Ende nicht mehr, ob euer Bild viel oder wenig gesättigt ist. Deswegen kann ich euch empfehlen, macht nochmal kurz 5 Minuten was anderes und schaut dann nochmal auf euer Bild drauf und dann seht ihr, hey, es sieht cool aus oder oh Gott, das hat ja viel zu viel Sättigung. Das geht überhaupt nicht. Das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen und natürlich solltet ihr, wenn möglich, nur graden, wenn es bei euch relativ dunkel im Raum ist. Und natürlich auf einem entsprechenden Monitor und den auch nicht extrem hell eingestellt und nicht extrem dunkel, sondern so ein schönes Mittelmaß ist da einfach am besten, denn die Umwelteinflüsse verfälschen einfach euer Bild am meisten. Wenn ihr irgendwo gradet, wo es extrem hell ist und ihr könnt einfach euer Bild nicht richtig sehen, dann wird auch euer Grading einfach nicht gut aussehen am Ende. Und wie gesagt, ihr müsst nicht nur ein Lumetri-Farben-Effekt nehmen, ihr könnt hier gern mehrere nehmen. Klar könnt ihr auch im Lumetri-Farben-Effekt an sich viel einstellen, aber ich persönlich fand das jetzt fürs Feuer so viel besser, denn unser Feuer besteht aus sehr vielen Farben. Also wir haben hier irgendwie weiß drin, weil es ein bisschen klippt bzw. zu hell ist. Wir haben hier gelb, wir haben orange, wir haben rot, wir haben hier unten so ein blau-lila. Und da ist es einfach viel einfacher, eine Maske zu nehmen und dann davon die Sättigung runter zu machen. Ansonsten, wenn ihr beispielsweise auch nur einen Teil vom Bild heller machen wollt, könnt ihr auch einen einzelnen Lumetri-Farben-Effekt nehmen, macht hier nochmal eine Maske. Und wir können jetzt mal sagen, wir wollen hier die rechte Seite vom Bild ein klein wenig heller machen, weil der Kamin uns einfach zu dunkel ist. Können wir hier eine Maske machen, machen hier noch ein bisschen weiche Kanten, sag ich mal so. Noch ein bisschen gucken, dass es nicht so auf mich rauf geht. Geht noch ein bisschen weicher, vielleicht ist es ein bisschen zu viel. Machen wir mal hier 400 und können dann auch hier zur einfachen Korrektur gehen und sagen, Belichtung hier machen wir jetzt einfach mal als Beispiel. Plus 1 ist natürlich jetzt viel zu viel, aber so könnt ihr auch nochmal einzelne Bereiche vom Bild richtig schön anpassen mit Helligkeit beispielsweise, Kontrast, Sättigung, die Stars, wie ihr das also möchtet. Das bedeutet, ich hoffe, ich konnte euch das Color Grading in Premiere Pro ein kleines bisschen näher bringen. Ihr konntet was aus dem Video für eure Videos mitnehmen und könnt damit in Zukunft auch richtig coole Looks erstellen. Ansonsten, wenn ihr Lust habt auf mehr solche Tutorials, ich habe eine komplette Playlist, wo ich euch mein Wissen weitergebe mit noch wirklich sehr vielen nützlichen Tipps. Schaut da gerne mal rein, dann wird bestimmt auch noch was für euer Video dabei sein. Und ansonsten, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert doch sehr gerne den Kanal, lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video geholfen hat und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welcher Tipp für euch am besten war. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao!